Hallo, ich bin Yvonne von der Maike Droste Akademie und hier kommt mein abschließendes Fazit zur Abnehm-Challenge. Ja, wie sieht es jetzt aus? Ich habe inzwischen 10 cm an meinem Bauchumfang verloren und auch 7,5 kg abgenommen. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Das hätte ich nicht geschafft ohne Maike, ohne ihre klugen Tipps, ohne ihre Unterstützung und ohne die Unterstützung der Maike Droste Akademie, also der anderen Frauen. Die Gruppendynamik hat mir ganz enorm geholfen. Ich fühle mich jetzt nach dieser Zeit, also nach der Abnehm-Challenge viel stärker. Und das sowohl körperlich als auch psychisch, weil ich eben etwas für mich sehr Wichtiges erreicht habe, fühle ich mich tatsächlich auch sehr, sehr gestärkt und positiv. Das ist sehr, sehr schön. Eine ganz wichtige Erkenntnis im Laufe dieser Zeit war für mich, dass es bei uns immer mal wieder durch verschiedene Familiensituationen dazu kommen kann, dass es einfach mal zum Stillstand kommt. Keine Kraft, nichts, keine Ressourcen da irgendwie, um an der eigenen Veränderung zu arbeiten, am Abnehmen. Sondern es geht jetzt nur darum, die Familie wuppen aufgrund von Krankheit oder was auch immer. Genau, aber im Gesamtheitsblick ist es natürlich so, dass diese Phasen, die sind natürlich da, aber es ist ja bei weitem nicht die Mehrheit der Situation. Die meiste Zeit funktioniert es gut. Ich habe entspannte, gute Phasen, in denen ich mich auch um mich kümmern kann und eben abnehmen konnte. Und ich glaube, das hat mir früher oft Probleme gemacht, wenn es dann mal nicht lief, dann aufzugeben. Genau, also nicht unterkriegen lassen. Stillstand ist okay. Ja, das andere, was für mich sehr wichtig war, war zu erkennen, dass Bewegung tatsächlich doch machbar ist für mich. Also ich war überzeugt davon, dass ich Bewegung in meinem Alltag nicht integrieren kann. Ich kann nicht jeden Tag eine Stunde jobben gehen. Stimmt, kann ich auch nicht. Aber ich habe durch Maikes Tipps, durch Maikes Videos, aber auch durch das, was Maike einfach uns so ans Herz, an Übungen ans Herz gelegt hat, festgestellt, ich kann ständig irgendwelche kleinen Mikro-Einheiten einlegen. Also bei der Arbeit irgendwelche Kniebeugen oder ein kleines Workout oder ja, verschiedene kleine Momente, aktive Momente am Tag, so dass ich am Ende des Tages locker mal auf meine halbe Stunde Sport komme, jeden Tag. Und das hat den Effekt. Das hat sehr viel gebracht. Ernährungsmäßig habe ich auch einiges umgestellt. Ich esse viel kleinere Portionen als vorher. Ja, ich habe am eigenen Körper festgestellt, wie schön und hilfreich das ist, wenn man weniger Zucker isst und dann eben auch keinen Heißhunger mehr hat. Das war echt ein tolles Gefühl, das selber zu erleben. Und ja, ich trinke mehr, ich esse mehr Proteine. Das hat mir jetzt sehr geholfen beim Abnehmen. Ja, insgesamt noch als Erkenntnis für mich ganz wichtig, kleine Schritte führen zum Ziel. Also nicht aufgeben, kleine Schritte führen zum Ziel. Stillstand ist in Ordnung und ganz wichtig, wenn es mal nicht so gut läuft, sei lieb zu dir selber. Dann noch wütend sein, das nimmt so viel Kraft von einem selber weg. Und die Kraft, die braucht man, um am nächsten Tag mit den richtigen Entscheidungen wieder richtig weiterzumachen. Ja, also mir hat diese Abnehm-Challenge sehr, sehr viel gebracht. Ich bin sehr froh, dass ich in der Maike Dorster Akademie bin und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir Frauen gemeinsam diesen Weg gehen und diese Transformation für uns angehen. Ja, und dass wir Maike gefunden haben. Dankeschön. Ich freue mich auf die nächste Challenge. Tschüss. Ich freue mich auf die nächste Challenge.